Hi Ladies! Lilo hat mich gebeten, ein Sommeroutfit für Sie zu kreieren, wo Sie selbst im Winter noch den Sommer auf der Haut spürt. Und wie Ihr seht, habe ich an diesem Gefallen getan, doch zuvor noch der Hinweis, wenn Ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf. Oder unterhalb vom Video findet Ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit Ihr nichts verpasst. Lilo ist ein Sommerkind und wie vorhin eben gerade schon erwähnt, will Sie am liebsten im Winter den Sommer auf der Haut spüren. Und dazu sollte ich hier ein Kleid kreieren, was das wirklich unterstützt. Und ja, ich musste einige Zeit suchen, um genau auf Lilo ein Kleid zu finden, aber wie Ihr seht, habe ich es geschafft, denn dieses Kleid von Orsay unterstützt genau die Punkte, was Lilo wünscht. Denn das Kleid ist erst mit einem zarten Pastellton und floralen Muster über das ganze Kleid verziert. Somit ist der erste Eindruck schon mal gegeben nach purem Sommer. Und zum Schnitt könnt Ihr sofort sehen, der Rock ist ein bisschen leicht ausgestellt mit schönen Raffungen, damit er wunderschön fällt beim Laufen und selbst beim Stehen. Und ganz wichtig, knielang, denn das unterstützt das nochmal richtig mit diesem Sommergefühl auf der Haut. Und das Highlight bei diesem Kleid ist nicht, dass es eine wunderschöne Teile euch zaubert. Nein, sondern schaut euch mal diesen wunderschönen Wasserfallausschnitt an. Ein Hingucker und in Kombination mit diesem Kleid, mit dieser wunderschönen Teile und dem Rock. I love it. Und damit habe ich ein Kleid gefunden, was nach Sommer schreit und wirklich das Highlight ist für 2015. Und ich wette, weil ich finde, es ist ein bisschen zeitlos geschneidert, dass ihr auch dieses Kleid locker noch 16, 17, 18, also später tragen könnt. Aber Lilo wollte ja ein Outfit, ein Komplettoutfit, wo sie sich pudelwohl drin fühlt. Und dazu habe ich zu diesem Kleid ein paar Pumps gefunden, die in den gleichen zarten Pastelltönen daherkommen wie das Kleid. Also dieser Pump integriert sich in dieses Kleid 1 zu 1 und ganz wichtig, bequem und noch ein bisschen Höhe, damit gerade bei diesem knielangen Kleid ja einen wunderschönen Fuß bekommt. Und dann ein ewig langes Bein und wie gesagt, das fast aus einem Guss ist. Und damit das weiter ist, in diesem einen Guss, ihr einen Sommergefühl hier hinterher geht, habe ich zu diesem Kleid und diesem Pump eine Handtasche gefunden, die in diesem gleichen Farbschema bleibt und sich wunderbar widerspiegelt im Schuh, im Kleid und das Ganze komplett abrundet. Und auch wieder ganz wichtig, die Handtasche so strukturiert ist, dass ihr genug reinbekommt und auch ordentlich aufgeräumt ist. Denn niemand will im Sommer Ewigkeiten vom Auto den Schlüssel suchen, weil man will ja schnell die Klimaanlage anmachen. Und ich denke, hier mit dieser Kombo habt ihr ein Sommeroutfit, was ihr wirklich zu verschiedenen Anlässen tragen könnt, weil wie gesagt, es ist ein bisschen zeitlos und die Farben mit den Kombinationen, I love it. Aber diesen ganzen möchte ich jetzt nochmal den E-Pünktchen aussetzen, weil ich selber liebe es, sowas an Frauen zu sehen. Denn Schmuck, das E-Pünktchen muss es drauf. Und Sommer warm, also lieber ein paar schicke Ohrringe dazu raussuchen, als wie viele um den Hals und Kuh hängen, sondern ihr wisst, schwitzen und am Hals, das ist nicht so schön, aber Ohrringe geht immer. Und somit empfehle ich euch zu diesem Kleid diese wunderschönen Federohrringe, die geschaffen sind für dieses Outfit. Und wie gesagt, ich liebe sie, weil sie haben so einen frechen, verspielten Look, aber auch elegant und schick gleichzeitig. Und damit werdet ihr und vor allem Nilo nicht nur glücklich diesen Sommer, sondern auch zum Blickfang der Männer und der eifersichtigen Glicke der Frauen. Das verspreche ich euch. Und ich denke, so ist hier ein Outfit entstanden, was ihr hoffentlich gerne haben wollt. Oder wenn ihr was anderes sucht, genau auf euch zugeschnitten ein Outfit, dann gebe ich euch den Tipp, schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit und die zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?